Willkommen im Berlin-Teg. Lila! Ein Jahr 100 ist echt genug. Miss Chaos, back in town. Wir machen ein Foto und du kriegst ein Autogramm, aber dann ziehst du ab. Wir machen was? Wie heißt du denn? Lila. Und du? Ich? Ja, du. Ich bin Christopher. Meine kleine Schwester nimmt mir diese Band an. Wie heißt sie nochmal? Berlin-Mitte. Was für ein Unsinsname. Und was machst du so? Ich bin der Liedsänger von Berlin-Mitte. Der Sänger von Berlin-Mitte. Der ist total bescheuert. Ah, das FBI. Das ging alles voll schnell. Wir haben keine Nummern getauscht. Nichts. Dein Leben hat schon Vorteile. Groupies auf dem Hotelzimmer? Was das Beste ist, ja? Not zu late. Hey! I won't give up till I suffocate. Kris! Sie schauen wieder. Abflug. Groupies bleiben nicht zum Frühstück. Warte, warte, warte! Online, Bezelt, Viva News, die haben das alle schon. Fuck. Wem bist morgen zusammen? Mit Leonardo DiCaprio? Hier, Koffein ist gut gegen Mundgeruch. Hilf doch gegen Scheiße quatschen. Love is a battlefield. Hey Judith, ihr seid die beiden Süßen, die den Mega-Meat mit Chris gewonnen haben. Wir mussten das Treffen nur eine Stunde nach hinten verschieben. Du Ratte! Du hast mir meinen Platz geklappt! Wie konntest du das machen? Wie konntest du das machen? Wie konntest du das machen? Wie konntest du mir das anziehen?